Hey, hallo alte Male! Na, die Wannik ist denn wieder? Wie sehen wir die Dilling von ein fein Day aus? Dilling ist die 1.2. Februar, und dort hat, wie gebrannt. Ich freu mich all, ihr den Gung, dort wird ein Liesmaill, und Musik, und all der Menschen, was wieder dran wird, das wird voll fein, liebe ich. Lest ihr, muss ich auch dabei, und hier wird ein Film auch, weil ich am liebsten bin. Dann könnt ihr mal diesen Sinn hören, wie gebrannt, rein, wie gebrannt. So, nichts haben wir hier, aber wie gebrannt, ein Gluckas oben, wie ihn, ein Glicks vor der Dill eintritt. Das mauge uns da manchen gefunden, Madel oder Flose, Friesiker, Historiker. Hier kam es mal Musik, und natürlich auch mal ihr. Musik 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 Und ich freue mich all auf nächstes Tuch aus einer City wie Adies. Adies, all dem alle mit nächstes Tuch.